Damit hat wohl niemand gerechnet. Rangelina sprechen tatsächlich wieder miteinander. Das Ex-Paar nähert sich wieder an. Das behauptet zumindest ein Pit-Insider. Auch seine Kinder darf der Schauspieler wieder sehen. Dabei ist gerade die Frage um das Sorgerecht das große Streitthema. In den letzten Wochen verbietet Angelina ihrem Noch-Ehemann nämlich den Umgang mit den sechs Kindern. Den Kindern Maddox, Shiloh, Sahara, Vivian, Nox und Pax Theme ist es zu wünschen, dass sich ihre Eltern wieder versödeln. Bis zum nächsten Mal.